Wir alle befinden uns in der Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Als Eigentümer einer Immobilie müssen Sie daher heute schon sehr hohe Umwelt- und Versorgungsstandards erfüllen. Mit Wärmekompakt der Leipziger Stadtwerke bieten wir Ihnen ein kompaktes Angebot aus umweltschonender Technologie, ganzheitlichem Service und geringeren Kosten. Sie wollen mehr darüber erfahren, dann nehmen Sie sich einfach 90 Sekunden Zeit. Die Leipziger Fernwärme ist mit einem Primärenergiefaktor von 0,30 nachweislich die umweltfreundlichste Methode, um Ihre Immobilie mit Wärme und Warmwasser zu versorgen. Damit erfüllen Sie die strengen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes nicht nur heute, sondern auch in Zukunft problemlos. Zum Fernwärmenetz gehören neben den Leitungen auch unsere platzsparenden Kompaktstationen. Als Schnittstelle zwischen Fernwärmenetz und Hausanlage übergeben Sie diese Wärme an das Heiz- und Trinkwassersystem so effektiv wie möglich. Für den reibungslosen Betrieb dieser Stationen ist unser Service zuständig, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Und unser Service umfasst noch mehr Vorteile für Sie. Die Bereitstellung eines Energieexperten für Fragen und Anliegen, eine regelmäßige Inspektion und Wartung der Station, eine schnelle Störungserkennung und Behebung sowie der kostenfreie Austausch defekter Bauteile. Das bedeutet für Sie Planungssicherheit für Ihre Wärmeversorgung, Einhaltung gesetzlicher Umweltvorschriften, maximale Kosteneffizienz und das alles ganz einfach digital über das Geschäftskundenportal. Rund ein Drittel aller Leipziger profitiert bereits von der Fernwärme und Sie können das auch inklusive Kompaktstationen und allen Leistungsvorteilen. Ihre Transformation in das klimaneutrale Wärmezeitalter in nur fünf Schritten. Starten Sie jetzt Ihre Wärmewände mit Wärme Kompakt. Wir begleiten Sie.